Das ist wirklich eine sauschwere Frage. Einfach mal nicht auf dem linken Auge blind bleiben. Dass sie den Karren aus dem Dreck zieht. Dass sie sich ihrer Privilegien bewusst sind. Dass sie immer ihre Kunst in Frieden und Freiheit mögen ausüben dürfen. Wir kriegen das schon hin. Aufräumen, aufräumen, aufräumen. Verpiss dich aus meinem Weg. Always with respect and inclusivity. And rediscovers. And rediscovers. Dass jede kommende Generation diesen Anfang anders interpretiert. Und ihre Ideen lebt. Und zu zeigen, wie es besser geht. Das Leben mit den rechten Bahnen kommt. Ja, you cannot just live your life. Wir hinterlassen der nächsten Generation ein schweres Erbe. Dass wir die Werkzeuge finden. Möglichst breite, linke Bündnisse zu bilden. Um Gleichberechtigung zu schaffen. Eine gute Harmonie. Mut. Humor. Und, und, und. Dass sie Lösungen für Probleme findet. Und sich nicht kleinkriegen lässt. Dass sie an sauberen Flüssen dicke, fette Bücher lesen wird. Eine Menge frischen Wind. Dass sie viel Freude und Spaß am Singen und Musizierung haben. Offenheit und Kreativität. Flache Hierarchien. Einen künstlerischen Austausch. Spannende Produktion. Dass sie nicht zu angepisst ist, wenn sie sieht, was wir ihr hinterlassen haben. Lasst euch nicht unterkriegen. Dass es vielleicht leichter wird, erwachsen zu werden. Dass die nur glücklich sein sollten. Ja, ich begrüße Sie herzlich hier im kleinen Haus des Theater Münster. Zu unserer Pressekonferenz zur Spielzeit 2022-23. Der Ersten, die wir hier als neues künstlerisches Leitungsteam am Theater Münster veranstalten. Wir, das sind heute der neue Schauspieldirektor, Ramzi Al-Khalisi. Da drüben. Die zukünftige Tanzdirektorin und Chefchoreografin Lillian Stilwell. Die zukünftige Leiterin des Jungen Theaters und der Abteilung Kunst und Vermittlung, in grün. In Münster natürlich längstens bekannt, Generalmusikdirektor Gulo Berg. Verwaltungsdirektorin Rita Feldmann, ebenso bestens bekannt. Und ich, Katharina Kostolmein, immer noch neue Generalintendantin und zukünftige Leiterin des Musiktheaters. Zweierlei hat uns neu in Münster gleich beeindruckt. Die Erzählung von der Stadt Münster als dem Ort der Verhandlungen, die den westfälischen Frieden hervorgebracht haben. Und der mutige Theaterbau, schräg auf die Kreuzung gestellt, der mit der Ruine im Hof Geschichte, Kriegsgeschichte und moderne Architektur miteinander verbindet. Geschichte und Kriegsgeschichte. Mehr als 370 Jahre ist es her, dass 1648 ein großer europäischer Krieg, der 30-jährige Krieg, durch Verhandlungen beendet wurde, in Münster und Osnabrück. Der Leidensdruck war damals groß genug geworden, um auf allen Seiten Verhandlungsbereitschaft zu erzeugen. Und die Geduld reichte aus, die jahrelangen Verhandlungen bis zu einem Ergebnis durchzuhalten. Das war nicht perfekt, es war an manchen Stellen brüchig, aber es schaffte Frieden. Es war eine Basis für das Ende dieses heillosen Krieges. Bis heute eine der großen Leistungen der Diplomatie. Doch auch diese Erfahrung verhinderte nicht immer weitere Kriege. Den Siebenjährigen Krieg, die Napoleonischen Kriege, die Kolonialkriege. Ein Zeugnis des Zweiten Weltkriegs steht hier im Hof des Theaters. Die Ruine des Romberghofes, eines Teil des Gebäudes Komplexes, zu dem das alte, dann von Bomben zerstörte Theater gehörte. Die Ruine wurde dann 1956 Teil der Konzeption des modernen Theaterbaus, des ersten im Nachkriegsdeutschland. Ein Leuchtturm der Theaterarchitektur damals und ein Signal für eine offene Begegnung der Kunst. Mit der Stadtgesellschaft. Beide Eindrücke zusammen. Krieg und dieses Gebäude, Krieg und Frieden, bestimmen die Haltung, mit der wir unsere künstlerische Konzeption für dieses Haus, für diese Stadt und die Region, das Münsterland in den nächsten fünf Jahren angehen möchten. Wir werden mit allen künstlerischen Sparten gemeinsam Verhandlungsfelder der Gesellschaft bestellen. In jeder Spielzeit ein Neues. Wir werden Gegensätze einander gegenüberstellen und nach Übereinstimmungen fahnden. Wir werden Konflikte formulieren und nach Lösungen suchen. Wir werden uns an Spannungen freuen und Entspannung genießen. Das alles wollen wir zusammentun mit allen Sparten im engen Austausch und zugleich so, dass jede Sparte ganz für sich stehen kann. Dabei ist uns wichtig wahrzunehmen, wie und wo wir das alles tun. Welche Auswirkungen hat unsere Arbeit auf die Menschen, die mit uns arbeiten, auf die Stadt, in der wir uns befinden, auf die Region, vielleicht auf die Welt? Wen beziehen wir ein? Wen lassen wir außen vor? Gelingt uns große Aufmerksamkeit für den Moment? Können wir auch nachhaltige Ergebnisse erzielen? Die Weltlage, in der wir dies tun, weist inzwischen bedrückend viele Analogien zu den Zeiten auf, an die wir uns erinnern. Wenn wir vom Schicksal so vieler Ukrainerinnen und Ukrainer hören, von Vertreibung und Tod auch mit uns verbundener Künstlerinnen und Künstler erfahren, fühlen wir uns umso mehr gefordert, unserer Arbeit mit größter Ernsthaftigkeit nachzugehen und unserer Sphäre einer weitgehend kritischen, freien, unabhängigen Kunst aufrechtzuerhalten, wie wir sie hier als selbstverständlich kennen, wie sie in der Welt, aber alles andere als weit verbreitet ist. An unserer Besetzung hier bei der heutigen Pressekonferenz sehen Sie schon einen neuen Schwerpunkt, den wir in unserer Arbeit setzen werden. Ich begrüße hier heute die beiden Gebärdensprachdolmetscherinnen, Kira Krümann-Stengel und Klaus Meinhold, mit herzlichen Dank. Mit der Formel Theater Münster alles inklusiv haben wir uns hier ein ehrgeiziges künstlerisches und gesellschaftliches Ziel gesetzt. Wir denken, dass Theater und Musik alle Menschen angehen. Deshalb wollen wir unsere Kunstformen mit vielen verschiedenen Menschen und für viele unterschiedliche Menschen betreiben. Oft braucht es eine besondere Art der Unterstützung. Wir können mithilfe des Förderprogramms Neue Wege des Kultursekretariats NRW neue Mittel in die Hand nehmen, dankenswerterweise und auf unseren Bühnen sowie in den Zuschauersälen mehr Platz und Gelegenheit für Partizipation und Inklusion schaffen. Wir möchten Barrieren beseitigen, die zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen und dem Theater stehen können. Dabei meinen wir physische Barrieren, mentale Barrieren, Wahrnehmungsbarrieren, aber natürlich auch weitere sprachliche, soziale, finanzielle. Inhaltlich werden wir uns in unserer ersten Spielzeit dem Verhandlungsfeld zwischen Jung und Alt widmen. Wir werden uns fragen, was wir uns von der nächsten Generation erhoffen, was sich eine nächste Generation von uns wünscht und was wir ihr schuldig sind. Auch was man sich von uns als einer neuen Generation Theaterleitung erhoffen mag. Gleich zu Beginn haben Sie schon einige der Antworten hören können, die zukünftige Mitglieder des Theater Münster auf die Frage, was erhoffst du dir für die nächste Generation gegeben haben. Generationen Konflikte, Generationen Verträge, Streit und Versöhnung, Wachstum, Entwicklung, Verlust und Abschied und viele weitere Facetten dieses Themas werden uns in den verschiedenen Sparten und hoffentlich im Austausch mit unserem Publikum beschäftigen. Wir fangen auch gleich spartenübergreifend an. Wir werden das Schauspiel auf der großen Bühne mit einem großen Stoff eröffnen, der zu unserem Spielzeitthema passt, mit einem Urtext des Abendländischen Theaters mit der Orestie von Aischilos. Die Orestie erzählt ja von den Bürden, die die eine Generation der Nachfolgenden aufbürdet. Sie untersucht die Verfasstheit von demokratischen Gemeinwesen, die Erfindung der Demokratie. Sie legt in die Waagschale Frauenmacht und Patriarchat. Und sie fragt nicht zuletzt nach den moralischen Kosten von Kriegen, nach den Begründungen von Angriffskriegen. Wie begründet man einen Angriffskrieg? Wir zeigen die Orestie, und das ist das Besondere, in Verbindung mit der Urführung dreier zeitgenössischer Texte. Wir haben die vielfach ausgezeichneten Autorinnen Sivan Ben-Yishai, Miroslava Swolikova und Maren Karmes gebeten, uns Texte zu schreiben zur Orestie. Sie haben zu den Frauenfiguren Iphigenie, Kassandra und Elektra sich Texte einfallen lassen, Monologe, die diesen Figuren neue zeitgenössische Stimmen verleihen und nochmal neu fragen nach dem Blick auf männliche Kriege. Inszenierend wird das ganze Elsa-Sophie-Jach. Elsa-Sophie-Jach ist seit ungefähr vier Jahren als Regisseurin unterwegs und hat sehr große Aufmerksamkeit schon auf ihre Arbeit lenken können, nicht zuletzt durch ihre Arbeiten an Münchner Residenztheater. Wir werden die Figuren und die Themen des Ertrigen-Mythos durch alle Sparten versuchen zu schicken, Oper, Tanz und Schauspiel. Und im Musiktheater setzen wir der Orestie des Schauspiels gleich am Folgetag, in der Premiere am Tag nach der Schauspielpremiere, eine unkonventionelle, mit allen Mitteln der großen Oper arbeitende Variante des Stoffes entgegen, die Sie wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit nach noch nie gesehen und gehört haben können. Es handelt sich dabei um Ernst Krennigs Leben des Orest unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Golo Berg in der Regie von Magdalena Fuchsberger. Die Oper wurde 1930 in Leipzig uraufgeführt und verschwand dann mit der Machtübernahme der Nazis mehr oder weniger dauerhaft wieder von den Spielplänen, wurde nur vereinzelt nach 1945 einmal wieder aufgeführt, durchaus mit großem Erfolg beim Publikum, allerdings ohne einen dauerhaften Weg in diese doch sehr festgefügten Opernrepertoires zu finden. Dabei ist dieses Leben des Orest ein singuläres Stück, musikalisch und dramaturgisch raumgreifend, mutig und unterhaltsam zugleich. Und wie gesagt, wir bringen die Oper direkt am Abend nach der Schauspielpremiere Oresti heraus. Sie werden beide einen Bühnenraum bespielen, der viel miteinander gemeinsam hat, aber auch sehr viel Eigenes hat und korrespondieren zusammen mit einer weiteren Variation des Stoffes nochmal weitergedacht im Tanz. Im Tanz haben wir den großen Vergnügen, die erste Premiere zu sein. Spannend. Und aus diesen drei Stücken von der Oresti habe ich, weil ich werde diesen ersten Tanzabend kreieren, habe ich mich richtig für die Furien interessiert. Also die Furien, wenn sie sich daran denken, nachdenken, die waren, die sind diese wilde Pack von Halbtier, Halbmenschen, die nach Rache suchen. Sie konfrontieren aber die Athener, eine Göttin in dem letzten Stück. Und dadurch ist eine Verwandlung verursacht. Das interessiert mich extrem in diesem post-pandemischen oder hoffentlich post-pandemischen Moment, in dem wir uns auch neu fragen, wer sind wir als Gruppe, nicht nur einzeln, wie gehören wir zusammen und was kann uns verwandeln. Die ganze Kompanie, alle zwölf Tänzerinnen und Tänzer werden fast die ganze Zeit auf der Bühne sein. Die bilden eine Einheit, die bewegen sich synchron zu einer Sounddesign-Komposition von Christian Düchtel, die sich von barockmusikalischen Quellen inspiriert lässt. Und auf der Bühne das erste Mal, dass wir das gewinnende Bühnenbild vom nachhaltigen Tanzbühne-Wettbewerb, dazu werde ich mehr später sagen, das gewinnende Team ihr Bühnenbild sehen werden und in den Kostümen von der Kostüm-Kollektion von Louise Flanagan, die ebenso mit nachhaltigen Prinzipien arbeitet. Das Schauspiel am Theater Münster will und soll ein Ort von radikaler Gegenwart werden, sein. Von Vergegenwärtigung. Das drückt sich unter anderem darin aus, dass von den elf Neuproduktionen es sieben Uhr- und Erstaufführungen geben wird. Dass es einen deutlichen Schwerpunkt auf der zeitgenössischen Dramatik und der zeitgenössischen Autorinnenschaft geben wird. Wir haben Autorinnen aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen, die ein großes Renommee genießen und sie gebeten, für uns und für das Monsterana-Ensemble Texte zu schreiben. Das sind alles Autorinnen, die mit sprachlicher Kraft, mit poetischer Vielfalt und mit Humor ins Herz der gesellschaftspolitischen Fragen greifen, die uns alle umtreiben. Es sind dezidiert politische Stoffe, die wir auf die Bühne bringen werden und wir wollen zeigen, wie große, gewichtige Themen mit rasanter Unterhaltung auf der Bühne zusammenfinden. Die zweite Schauspielpremiere wird sein im Kleinen Haus die Urführung des Romans Blaue Frau von Antje Ravik Strubel, der im vergangenen Herbst den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Dieser Roman hat durch die jüngsten politischen Ereignisse nochmal an Aktualität und Brisanz gewonnen, denn er fragt nach unserem Verhältnis, nach dem Verhältnis vom Westen gegenüber Osteuropa, nach dem belasteten Verhältnis zu Russland, nach der Geschichte dieses Verhältnisses und fragt nach den Ländern dazwischen, die am Rand zwischen Ost und West liegen. Antje Ravik Strubel unternimmt in ihrem Roman das große Wagnis, sexuelle Gewalt gegen Frauen parallel zu denken mit globaler, politischer und männlicher Gewalt. Wir werden den Roman auf die Bühne des Kleinen Hauses bringen, in einer Bearbeitung, die die Regisseurin Isabel Osthus und ich anfertigen werden. Im Studio unserer kleinsten Spielstätte werden wir kurzer Zeit später darauf die deutsche Ersterführung des Monologs Pisten von der französischen Autorin Penda Diouf zeigen. Penda Diouf ist eine französische Dramatikerin, die einen poetisch verstörenden Monolog geschrieben hat über eine junge schwarze Westeuropäerin, die aufwächst in rassistischer Umgebung und die auf den Leichtathletik Pisten im Stadion, der Leichtathletik ihren Ort findet, an dem sie sich beweisen kann, an dem sie Anerkennung findet. Sie hat ein Idol, Frankie Fredericks, ist ein Sprinter gewesen, ein sehr berühmter, der aus Namibia stammt und sie reist als junge Frau diesem Sprinter hinterher, ihrem Idol und will Namibia kennenlernen. Dort wird sie konfrontiert mit der Geschichte des Völkermordes an den Herero und Nama durch die deutsche Armee vor über 100 Jahren und mit den Beobachtungen, die sie da macht im Gepäck, tritt sie zurück in ihr Leben in Westeuropa. Die Inszenierung werde ich zusammen mit der Schauspielerin Samia Dauenhauer im Studio unternehmen. Im Großen Haus werden wir 400 Jahre Molière feiern und zwar mit einer seiner berühmtesten Komödien, Der Geizige, also eine Komödie, die zugespitzt davon handelt, wie ein alter weißer Mann seinen Nachkommen weder das Geld noch die Luft zum Atmen noch die Liebe gönnt und alles für sich haben will. Wir werden diese rasante Komödie in allen Rollen mit unserem Frauenensemble besetzen und erhoffen uns davon einen Riesenspaß. Inszenieren wird das zu die Drechsel. Das Stück, das Vermächtnis von Matthew Lopez, was wir danach auf die Bühne bringen werden, frei nach dem Roman Howard's End von Ian Forster, war kurz vor der Pandemie ein Hit am Broadway und am Londoner Westend und verspricht es jetzt auch hier in Deutschland zu werden, nach der deutschsprachigen Ersterführung in München. Es ist ein groß angelegtes und auch langes, rasantes Epos über eine Gruppe schwuler Männer in New York, die drei verschiedenen Generationen angehören und diese Gruppe von Menschen erleben Liebe, Karriere, Leid und Freude und sie fragen sich vor allem, was haben wir der vorhergehenden Generation zu verdanken, welche emanzipatorischen Kämpfe haben die vor uns schon für uns ausgefochten, sodass wir Freiheiten genießen können. Sie fragen sich, wie fragil diese Freiheiten sind, die sie erlangt haben und was noch zu tun bleibt für die Zukunft. Das Stück verlangt ein großes Männerensemble und es gibt eine einzige Frauenrolle da drin, eine 72-jährige Figur, die ganz am Ende auftritt und einen sehr, sehr wichtigen Auftritt dort hat und diese Rolle hat erfreulicherweise die großartige Mächtet Grossmann übernommen und es wird also einen wiedersehenden Mächtet Grossmann hier auf der Bühne in Münster geben. Inszenieren wird das Sebastian Schuck, das Stück. Das Stück besteht aus zwei abendfüllenden Teilen. Jeder Teil dauert ungefähr drei Stunden und wir werden den an zwei aufeinanderfolgenden Abenden spielen und an den Wochenenden hintereinander als großes Event mit vielen Pausen und besonderem Catering-Angebot. Der junge Autor und Regisseur Emre Akal hat in unserem Auftrag ein Stück geschrieben mit dem Titel Nachkommen, ein lautes Schweigen. Das ist ein Stück, das sich mit dem Metaverse beschäftigt und sich ausdenkt, dass das Metaverse Realität geworden ist. Wir leben im Metaverse. Und er fragt in diesem Stück, was passiert eigentlich mit den Menschen, die sich keinen Zugang dazu leisten können, die entweder aus ökonomischen Gründen oder aus sonstigen Gründen keinen Zugang zum Metaverse finden. Was passiert mit so einer Gruppe, wenn das ganze Wirklichkeit geworden ist? Eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Dieses Stück ist der letzte Teil einer Tetralogie von Emre Akal, die er unter anderem auch selber vor uns an den Münchner Kammerstubilen realisiert. Und wenn ich von der Zeit spreche, spreche ich von der Zeit, die schon nicht mehr ist, am Rande des Rollfelds. Ein sehr langer Titel und ein sehr schöner, melancholischer Titel, wie ich finde, den Thomas Köck für sein Stück erfunden hat. Der Titel unterscheidet sich ein wenig von dem, der in dieser Drucklegung ist, die vor ihm liegt. Der Arbeitstitel hat also weiter gearbeitet tatsächlich und ist zu einem neuen Ergebnis gekommen. In dem Stück wird ein Chor aus der Zukunft in unsere Gegenwart geschickt mit der Frage, was ist eigentlich damals schiefgelaufen? Also was ist in unserer Gegenwart schiefgelaufen? Wieso haben wir die Katastrophe nicht verhindert? Wo gab es die Möglichkeit dazu? Warum ist diese Möglichkeit nicht wahrgenommen worden? Thomas Köck ist einer, wie Sie wissen, der renommiertesten Autorinnen, die wir zurzeit in der deutschen Sprache haben fürs Theater. Er hat zweimal den Mühlheimer Dramatikerpreis hintereinander gewonnen. Und er schreibt uns mit diesem Stück für unser großes, spartenübergreifendes Projekt, ein Stück in der Mitte des Spiels in der Spielzeit. Ein spartenübergreifendes Projekt, wo Musiktheater, Schauspiel und Tanz miteinander zusammenwirken. Also Sie werden Schauspielerinnen, Sängerinnen, Tänzerinnen und das Orchester auf der Bühne sehen. Die Musik komponiert der Musiker Enik aus München. Die Regie wird führen Mareike Mikat. Die Choreografie übernimmt Judith Sanchez-Ruiz. Und die musikalische Leitung wird übernehmen Thorsten Schmidt-Krapfenburg. Mit Oedern von Horvaths Geschichten aus dem Wienerwald werden wir ein großes Ensemblestück auf die große Bühne bringen. Eine bitter, böse Volkskomödie. Es ist eines der traurigsten und eines der schönsten Stücke, wie ich finde, des 20. Jahrhunderts, weil es nicht nur schonungslos die Egoismen unserer Gesellschaft zeigt, sondern auch immer wieder die Sehnsucht nach einem besseren Leben wunderbar aufscheinen lässt. Inszenieren wird das Stück Julia Hölscher. Julia Hölscher gehört seit vielen, vielen Jahren zu den wichtigen Stimmen im Schauspiel, aber auch im Musiktheater. Sie war Hausregisseurin am Theater Basel und zuletzt am Residenztheater in München. Es wird in der nächsten Spielzeit ein Wiedersehen mit der Regisseurin Lily Sykes geben. Lily Sykes ist inzwischen auch an sehr großen Häusern tätig, im Schauspielhaus Hannover regelmäßig und zuletzt am Burgtheater in Wien. Und sie wird mit Kleist Novelle, die Markise von O, ein kleines, feines, musikalisch-szenisches Experiment auf unsere Bühne des kleinen Hauses zaubern. Es folgt eine Koproduktion, auf die wir uns sehr freuen. Es ist eine Koproduktion mit den Ruhrfestspielen Recklinghausen, mit dem Theater Oberhausen, die jetzt auch neu beginnen, und eine Kooperation mit dem Max-Gorki-Theater in Berlin. Der Münsteraner Autor, Regisseur und Arzt Tussal Mugul, der Ihnen ja sicherlich schon mit seinen Arbeiten bekannt ist, wird wieder bei uns tätig sein werden mit einem Projekt mit dem Titel And Now Hanau. Er wird sich in diesem Projekt mit den rassistischen Morden vor über zweieinhalb Jahren in Hanau beschäftigen. In enger Zusammenarbeit mit dem Opferverein Initiative 19. Februar wird er sich eben mit den Auswirkungen rassistisch motivierter Gewalt beschäftigen. Er wird die Perspektive der Opfer zu Wort kommen lassen wollen. Er fragt nach den vielen Ungereimtheiten während und vor und nach der Tat und den anschließenden Ermittlungen. Und er will an einem öffentlichen Ort, den wir noch finden wollen in der Stadt Münster, einen Prozess stattfinden lassen, dem der Täter sich ja selbst entzogen hat. Erstmals in der kommenden Spielzeit wird es am Theater Münster Hausautorinnen geben, das Autorinnen-Duo Sokola Spreta, bestehend aus Ivana Sokola und Jonas Spreta. Die beide studieren an der ODK ein Berlin-Szenisches Schreiben. Und wir wollen in jeder Spielzeit AbsolventInnen des Studiengangs Szenisches Schreiben der ODK die Möglichkeit bieten, sich als Hausautorinnen bei uns zu bewerben und eine Spielzeit unsere Arbeit mit ihren Fähigkeiten zu begleiten. Am Ende der ersten Spielzeit wird es auch eine Uraufführung dieser beiden Hausautorinnen geben mit dem Stück Farn, Farn Away. Farn, Farn Away ist ein dystopisches Stück, in dem auf einer Forschungsstation in der Zukunft nach einer Katastrophe die Forscher zu Tode gekommen sind. Und zwei Frauen werden losgeschickt zu untersuchen, was denn da schiefgelaufen ist. Sie begegnen einem Chor der Farne, also Pflanzen, die Pflanzen der Farne, so auch der Titel. Und dieser Chor der Farne ist sehr mysteriös und seltsam und versucht die beiden immer wieder ins Dunkle hinabzuziehen. Das Stück ist ein sehr assoziionsreicher und amüsanter Philosophie-Krimi. Inszenieren wird das Tobias Dömer, der bei uns noch als Regieassistent beschäftigt ist und mit ersten Arbeiten schön in die Öffentlichkeit getreten ist. Wir werden das Programm am Schauspiel Münster abschließen mit einem langen Wochenende der neuen Dramatik, auch in Zusammenarbeit mit der UdK Berlin, dem Studiengang Szenisches Schreiben, aber auch mit der Kunsthochschule für Medien in Köln und dem Studiengang Literarisches Schreiben. Wir werden Regiestudierende und Schauspielstudierende der Volkfang-Universität einladen, hier mit unserem Ensemble diese Stücke der Studierenden in Werkstattinszenierungen auf die Bühne zu bringen und wir werden am Ende die jungen Nachwuchskünstlerinnen in einer Party gemeinsam feiern. Damit beschließen wir das Programm des Schauspiels. Dankeschön. Hallo, Damen und Herren. Wie ihr schon gehört habt, Englisch ist meine erste Sprache, nicht Deutsch. Ich würde sogar sagen, meine erste Sprache ist Englisch, meine zweite, so wie Enrique, da im gefrorenen Video, wenn er nicht wunderschön tanzt, ist Tanz. Und meine dritte ist Deutsch. Und deswegen würde ich gerne mit einem Zitat aus dem amerikanischen von der Schriftstellerin Eve Ensler beginnen über den Tanz. Tanz ist gefährlich, fröhlich, sexuell, heilig, störend, ansteckend und verstoßt gegen die Regeln. Tanz kann überall stattfinden, jederzeit, mit jedem und jeder und Tanz kostet nichts. Tanz verbindet uns. Als ich mich während der Pandemie auf diese Spielzeit vorbereitet habe, tanzt er? Nee, noch nicht. Aber ich sage jetzt gleich ein Wort dazu. Ich habe auf eine Übersicht verzichtet. Das haben Sie in der Hand, das können Sie besser lesen. Die Sätze sind besser aufgebaut als meine wortliche Sätze. Aber ich habe darauf verzichtet, weil es ist mir wichtiger, dass meine Ansichten, meine Absichten für die Spielzeit klar rüberkommen. Und die haben etwas mit dieser Verbindung, in die Tanz schaffen kann, zu tun. Tanz verbindet uns mit uns selber, mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben, mit Communities und auch mit den großen Themen in der Welt. Und für mich ist eine von diesen großen Themen in der Welt im Moment, wie finden wir wieder zueinander? Wie bilden wir Gruppen? Wie verwandeln sich Gruppen, wie ich vorher erwähnt habe in meiner Beschreibung von Furien? Und was können wir? Die Kollektive steht im Mittelpunkt. Die Gemeinschaft ist unsere eigentliche Protagonistin in der ersten Spielzeit. Ich sprach schon vorher von Furien, unsere erste Tanzpremiere, die ich selber choreografieren werde. Im Frühling werden wir mit dem Orchester arbeiten. Wir haben die vier Jahreszeiten, also unseren musikalischen Stoff, auf der einen Seite von Vivaldi, die bekannte Musik, auf der anderen Seite von John Cage. Weniger bekannt, aber mit demselben Stoff, The Seasons. Kaia Sarriaho, die finnische Komponistin, eine Geige-Solo von ihr wird auch gespielt, um die musikalische Programme auszuründen. Und die Choreografie wird von Paloma Muñoz, im ersten Teil von mir, im zweiten Teil, und von James Wu-Anfam, in einem Prolog sein. Im Sommer spielen wir im Club, wir gehen draußen aus dem Theater und spielen ein Tanzstück, was dort mit Live-DJ spielt, das heißt Afterlife, und es geht auch um die Gemeinschaft. In diesem Fall, was für eine Rolle spielt die Gemeinschaft, wenn wir uns als Überlebenden fragen, wie wir weitergehen, nach einer sehr geliebten Person stirbt. Dieses Thema wird in einer Club-Atmosphäre getanzt und wir haben Mitwirkung von der Munsterana ganz klein, aber sehr feines, freies Tanzszene. Drei Verbindungen haben wir mit den anderen Sparten direkt in unsere Produktionen und das heißt, dass nicht nur sind wir künstlerisch verbunden, sondern auch in unseren Arbeitswegen. Wir kreuzen uns die Wegen, nicht nur im Flur, sondern auch auf den Schreibtischen, wo wir Bühnenmodelle machen und Schritte entwickeln. Ich erwähne drei Stücke, die wirklich programmiert sind mit diesem Absicht, die Verbindungen zu stärken in dieser ersten Spielzeit. Zuerst Silberlicht, ein Tanzabend mit Barockmusik, worüber Angela Meir mehr erzählen wird. Später im Winter, worüber Remzi Al-Khalisi schon gesprochen hat, mit Tanz, Musik, Theater und Schauspiel. Das Stück von Thomas Köck mit Choregrafin Judith Sanchez-Ruiz. Und zum Schluss mit dem Musiktheater, worüber Katharina Kostolmein erzählen wird, mit Musiktheater und Tanz mit der Choregrafin Ernie Hanauer. Ein paar Worte zum Ensemble und Team möchte ich sagen. Ich freue mich besonders auf Sie und es ist, muss ich sagen, ein richtiges Privileg, ein Team zusammenstellen zu dürfen und können in Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben zwölf Tänzerinnen und Tänzer, die eine Mischung sind aus denjenigen, die bei uns geblieben sind, die, die uns sozusagen mitkommen und die, die für uns allen ganz neu sind. Dazu haben wir Tanz Münster Studio gegründet. Das ist ein Rahmen für Nachwuchstalent und wir haben zwei Stellen. Und im Team haben wir leicht umstrukturiert. Dramaturgie haben wir jetzt mit Gästen begleitet und neben mir auf der organisatorischen und strategischen Seite steht Christian Mayer, der zu uns aus Theater Regensburg kommt und kulturelles Management an LMU in München studierte. Auf meiner Seite choreografisch im Studio steht Stephanie Fischer, die als Probe- und Trainingsleiterin kommt, die ebenso ihr Masters abgeschlossen hat, in ihrem Fall in Teaching and Coaching Professional Dancers in Zürich. Und als letztes Kielin Whitmore, die wir alle kennen und lieben, der macht im Moment mit uns im neuen Team eine Mischung aus Tanz in den vier Jahreszeiten und in der Leitung als Koordinator für Tanzvermittlung und Diversität eine besondere Rolle. In der neuen Vision und im neuen Team setzen wir einen besonderen Wert auf die Etablierung innovativeren oder innovativen Arbeitsansätze, die den Tanz langlebiger, nachhaltiger und direkter zugänglich machen. Was heißt das eigentlich? Das ist ein großer Satz und eine große Behauptung. Für uns wollen wir das am liebsten mit konkreten Formaten umsetzen. Auf der einen Seite mit Tanznah. Das ist ein neuer Format, das wir entwickelt haben, zusammen mit Kielin und vielen Leuten in Münster selber, mit denen wir in Kontakt gekommen sind, Institutionen, aber auch Menschen sowie Dragqueens und Kita-Leiterinnen und Museumsmenschen, damit wir den Tanz und unsere Arbeit ein bisschen intimistifizieren und näher an unserem Publikum bringen und auch Leute zu uns einladen. Und auf der zweiten Seite die Nachhaltigkeit. Was kann Nachhaltigkeit in Tanzpraxis heißen? Was wollen wir rausfinden? Und unser erster Schritt war, einen Wettbewerb zu initiieren, um eine nachhaltige Tanzbühne-Design kreieren zu lassen. Wir haben ein Team, die als Gewinnerinnen und Gewinner ausgewählt worden sind. Die kommen aus der Architektur. Die heißen Stella Sattler und Jonathan Brugman und ihr Bühnenbild wird für vier Tanzabende in über zwei Jahren zu sehen sein. Als Schluss möchte ich einfach sagen, dass Münster, wie Sie alle wissen und Sie auch, die im Netz gucken wollen, Münster eine sehr, sehr reiche Tanzerbe hat. Ich finde, man könnte von einem Münsteraner Tanzerbe sprechen und es ist eine Ehre und ein Privileg, da reinzusteigen in diesem sehr herzlich willkommenes Publikum und reiche Tanzlandschaft. Dankeschön. Theater für junges Publikum ist eine eigene Kunstform. Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf diese eigene Kunstform, denn sie sind unser Publikum von heute, nicht von morgen. Eine spannende Frage im jungen Theater wird für uns in den nächsten Jahren sein, wer spricht hier eigentlich für wen? Wir werden uns deshalb viel mit Teilhabestrukturen für junges Publikum auseinandersetzen. Ein erster Schritt in diese Richtung ist das ab jetzt jährlich stattfindende Festival, das zu einem Ort und einer Plattform werden soll, die von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche gestaltet wird. Im Spielplan des jungen Theaters sind alle performativen Kunstformen zu erleben. Mit fünf Produktionen am Theater Münster, darunter auch das Familienstück im Großen Haus und einer mobilen Musiktheaterproduktion, die auf Schulhöfen spielen kann, ist für jede Altersgruppe etwas dabei. Zwei Produktionen werden sich mit Themen hoher politischer Brisanz auseinandersetzen. Zum einen die Jugendtheaterproduktion 33 Bogen und ein Teehaus nach dem gleichnamigen autobiografischen Roman von Mernush Zahiri Esfahani, in der es um Machtübernahme, Krieg und den Verlust von Heimat geht. In Zusammenhang mit dieser autobiografischen Geschichte werden wir mit der Autorin selber eine Lese- und Gesprächsreihe für Schulen anbieten, in Kombination mit dem Besuch des Theaterstücks. Zum anderen die mobile Musiktheaterproduktion Hier kommt keiner durch, nach dem gleichnamigen Bilderbuch, in dem es um Willkür und Machtstrukturen geht. Ein buntes, musikalisch-theatrales Spektakel über Freiheiten, Grenzen und die Dynamik von Macht, in dem es um die Frage geht, wer hat am Ende das Sagen. Die Komposition ist von Gordon Kampe und wird bei uns von MusikerInnen des Sinfonieorchester Münster gespielt. Regie und Text sind von Sebastian Bauer. Beide Produktionen sind Übernahmen vom Theater Bonn und Beethoven-Orchester Bonn und mit Einladungen zum Westwind-Festival ausgezeichnet worden. Mit der Regisseurin und Autorin Carina Eberle vermindet mich jetzt schon eine mehrjährige Zusammenarbeit. Sie wird Der Katze ist es ganz egal nach dem gleichnamigen Roman von Franz Orkhandel inszenieren. Eine berührende Geschichte über Freundschaft und die Kunst, sich seiner selbst in einer Welt, die Menschen in Frauen und Männer aufteilt, bewusst zu werden. Auf zwei künstlerische Teams freue ich mich besonders hier in Münster, weil sie eine ganz eigene ästhetische Handschrift mitbringen. Das Künstlerkollektiv Sputnik, das mit Live-Animationen zwischen Narration und Technik neue Welten auf der Bühne erschafft. Nils Voges, der hier auch die Regie führt, wird Skalar als Auftragswerk für uns schreiben. Eine Geschichte, die uns in eine nahe Zukunft führt, und sich mit unserem Spielzeitthema Generationen und dem Thema künstliche Intelligenz auseinandersetzt. Zum anderen Puppet Empire, ein Zusammenschluss von fünf Künstlern, Puppenspielern und Filmemachern, die die Ausstattung des diesjährigen Familienstücks auf der großen Bühne machen werden. Die deutsche Erstaufführung von Die unglaubliche Geschichte der Riesenbirne. Ein Bilderbuch, was in unzähligen Kinderzimmern zu finden ist. Die Fassung für uns wird Gertrud Pigor schreiben. Diese Abenteuergeschichte voll überschäumender Fantasie wird mit SchauspielerInnen, Live-MusikerInnen und Puppen auf der Bühne erzählt. Regie führt Nadine Schwitter. Ebenfalls zur Weihnachtszeit haben wir in Kooperation mit der Tanzsparte ein Tanztheaterstück für die Allerkleinsten. Silberlicht. Silberlicht. Eine Reise durch die Nacht mit Tanz und barocker Musik. Erwähnen möchte ich auch die interaktive Performance Rausch, die im Rahmen von Theater Münster alles inklusiv entstehen wird. Als Expertin der Grenzüberschreitung und des Adrenalins gehen wir hier auf die Suche nach Momenten, die uns spüren lassen, dass wir am Leben sind. Regie und Konzept macht Christina Schelhaas. An dieser Stelle möchte ich auch noch ein paar Worte zum Thema Kunst und Vermittlung sagen. Die thematisch und ästhetisch vielfältigen Inszenierungen des professionellen Ensembles gehen Hand in Hand mit der künstlerischen und pädagogischen Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie der Vernetzung mit der regionalen urbanen Jugendkultur in unserer Stadt. In der Abteilung Kunst und Vermittlung liegt ein Schwerpunkt der Arbeit darin, kulturelle Teilhabe allen Kindern und Jugendlichen unabhängig vom sozialen Hintergrund, Elternhaus und engagierten LehrerInnen zu ermöglichen. Dafür werden wir unter anderem in sehr enger Zusammenarbeit mit Schulen über unser Kooperationsprogramm Theaterstarter dreijährige Bildungspartnerschaften initiieren, die nachhaltige Strukturen für Teilhabe ermöglichen. Ebenso werden wir im außerschulischen Bildungsbereich ein spartenübergreifendes vielfältiges Angebot das neben dem sehr bewährten Theater-Jugend-Orchester-Projekt weitere niedrigschwellige Möglichkeiten des aktiven künstlerischen Miteinanders verstetigen. Das erwähnte partizipative Theater-Jugend-Orchester-Projekt wird im kommenden Jahr mit dem Titel Orpheus Game Over frei nach Christoph Willibald-Gluck stattfinden. Rap und digitale Musik treffen auf Orchesterklänge. Jugendliche musizieren und singen hier gemeinsam mit Profis. Ebenso wird das Sinfonieorchester Münster wieder viele Konzerte für junges Publikum ab vier Jahren geben. Vielen Dank. Die Oper entstand vor gut 400 Jahren im Zusammenhang mit großen Festlichkeiten einerseits und theoretischen Erwägungen über die Kunst andererseits. Seither gibt es Zweifel an dieser Kunstgattung. Menschen singen normalerweise nicht, wenn sie kommunizieren. Warum sollen sie es auf Bühnen tun? Bis heute haftet der Oper der Musiktheater diese kritische Frage nach der Wahrscheinlichkeit an, danach wie es wirklich ist. Wenn eine Figur am Ende ihres Lebens noch minutenlange Arien aus ihrem Innenleben singt, ist das nicht unrealistisch? Oder fängt die Musik hier eine tiefere Realität ein, die man ohne Musik viel schwieriger thematisieren kann? Ein Opernbesuch ist immer auch ein Fest, ein Erlebnis, das einen über sich den Alltag das Banale hinausträgt. in den nächsten Jahren betreiben. Wir gehen dabei immer von Themen aus unserer realen Welt aus und wir bleiben nicht dort stehen, sondern lassen die Musik, den Text, die Szene, die Bewegung, den Raum und die Verbindung mit dem Live-Publikum im Saal wirken, sodass diese besonderen Momente einer anderen Emotionalität, einer anderen Wahrnehmung, einer vertieften Innerlichkeit einerseits und der großen überbordenden Grenzüberschreitung andererseits entstehen können. Kluge, mutige Regiehandschriften sind uns dabei ebenso wichtig wie hervorragende musikalische Gestaltungen. Wir starten dafür mit einem kleinen feinen Ensemble, das für seltene eingesetzte Stimmfächer durch Gäste ergänzt wird und bringen in Kooperation mit der Musikhochschule Münster neu ein Opernstudio für Nachwuchssängerinnen und Sänger auf den Weg. Konkret werden wir sieben Premieren herausbringen, drei Opern, ein Musical und einen Barockmusiktheaterabend zusammen mit dem Tanz im Großen Haus, die bereits erwähnte spatenübergreifende Produktion mit Schauspiel und Tanz und eine Uraufführung im Kleinen Haus. In der Oper im engeren Sinne befassen wir uns in der ersten Spielzeithälfte, also bis zum Jahresende 2022 mit der Orestie. Von der Eröffnung mit dem Leben des Orrest hatte ich eingangs schon berichtet. Krennig, ein Wort hier noch zum Regie-Team. Magdalena Fuchsberger ist eine Regisseurin, die tief aus der Musik her kommt und zugleich alle Mittel der zeitgenössischen Theatersprache für die Oper nutzt. Nach intensiven Jahren des Lernens und Assistierens ist ihr jetzt eine beachtliche Karriere gelungen, die sie von kleineren und mittleren Theatern wie Rostock, Hagen oder Heidelberg gerade bis zur Wiener Staatsoper führt. Da sind wir stolz drauf. Dort wird sie in der nächsten Spielzeit neben Münster auch arbeiten. Gegen Ende des Jahres befassen wir uns dann noch einmal mit der Orestie und zwar in Form von Richard Strauss Oper Elektra. Für viele ist dieses Stück ja der Höhepunkt in Strauss schaffen überhaupt. Eine extremen Musiksprache an der Schwelle von der Spätromantik zur Modernen mit einer Stimme- und Orchesterbehandlung, die an Intensität nicht mehr zu überbieten ist. Inszenierend wird das Paul-Georg-Dittrich vielfach ausgezeichnet, gleich zweimal für den renommierten Regiepreis Der Faust nominiert. Ich bin sehr froh, dass uns hier jetzt endlich die Zusammenarbeit konkret tatsächlich gelingt und sehr dankbar, dass er in seinem sehr engen Terminkalender Zeit für uns hier in Münster findet. Er wird mit seinem Team und mit dem musikalischen Leiter der Produktion das Werk und seinen Komponisten unter die Lupe nehmen und starke Bilder für dieses besondere Stück aus der deutschen Operngeschichte finden. Stellvertretend für unsere Gastsängerinnen und Sänger, die unser Ensemble in der nächsten Spielzeit bereichern werden, nenne ich hier einmal Rachel Nichols als Sängerin der Titelpartie. Wir freuen uns sehr auf sie und ihre Fähigkeit, hochdramatische Sopranpartien mit großer vokaler Eindringlichkeit und szenischer Wahrhaftigkeit gleichzeitig zu interpretieren. Zwischen diesen beiden großen Stücken, den beiden Orestie-Opern, widmen wir uns dem unterhaltenen Genre. Als zweite Musiktheater-Premiere im großen Haus folgt ein unbekanntes Musical eines weltberühmten Musical-Komponisten, nämlich Aspects of Love von Andrew Lloyd Webber. Eine ebenso intime wie rasant erzählte Szenenfolge von Liebesgeschichten, die die Generationen untereinander verschränkt und verbindet. Als Regisseur begrüßen wir hier erstmals einen Künstler, der ursprünglich eigentlich aus dem Münsterland kommt, als Musical-Darsteller dann hinaus in die Welt zog und große Erfolge erzielt und jetzt aus Wien wieder zu uns zurückkommt, um hier sein Münsteraner Regie-Debüt zu feiern. Carsten Lepper stand damals in der deutschen Erstaufführung dieses Stückes 1997 als Alex selbst auf der Bühne und kommt jetzt mit einem passionierten Ausstattungsteam, das zuletzt in Linz eine fulminante Titanic herausgebracht hat. In der zweiten Spielzeithälfte werden wir uns dann den verschiedenen Generationenperspektiven zum einen anhand von Schlüsselwerken zweier italienischer Komponisten widmen, die für die Frage, was Musiktheater überhaupt ist, wie das funktioniert, wie also Text, Szene und Musik im Theater zusammenwirken können, von zentraler Bedeutung waren, Claudio Monteverdi und Giuseppe Verdi. Demgegenüber werden wir zwei Uraufführungen stellen, die bereits erwähnte Spatenübergreifende und Great Open Eyes, eine Kammeroper im kleinen Haus. Im großen Haus, bei den Italienern, spielen wir erst einmal Giuseppe Verdi's Oper Rigoletto, tragische Geschichte eines Vaters und einer Tochter in einer autoritären Gesellschaft, in einer Inszenierung der Berliner Regisseurin Cordula Dolper, mit der der künftige erste Kapellmeister des Theater Münster, Henning Ehlers, sein Münsteraner Operndebüt geben wird, nachdem er vorher schon die musikalische Leitung des Musicals innehatte. Verdi gelang es 1851 mit seiner Oper, das Außenseiter Schicksals Rigolettos musikalisch so zu zeichnen, dass ein breites, insgesamt recht privilegiertes Publikum intensiven Anteil daran nahm. Die Musik lässt tief hineinschauen in die Seelen dieses benachteiligten Individuums, das sich als ohnmächtig in einem feudalen Gesellschaftssystem empfindet, scheinbar unveränderlich auch für die nächste Generation, für die Tochtergeneration. Mit einem Abendrund um Monteverdis achtes Matrigalbuch unter dem Titel Matrigale von Krieg und Frieden gehen wir dann schon zum Ende der Spielzeit auf das Thema unserer zweiten Spielzeit zu, Krieg und Frieden, zum Auftakt des Münsteraner Jubiläumsjahres 2023, nämlich 375 Jahre westfälischer Frieden. Monteverdi hat in diesem Matrigalbuch gegen Ende seines Lebens 1638, also nördlichen Europa, der Dreißigjährige Krieg, immerhin schon seit 20 Jahren die Länder verwüstete, der Friedensschluss gleichzeitig aber noch in weiter Ferne zu liegen schien, einen musikalischen Rückblick auf die großen Affekte des menschlichen Lebens geschaffen. Liebe und Krieg stehen hier bildlich füreinander, Themen sind die Endlichkeit des Lebens, überhaupt die großen menschlichen Gefühle betrachtet vom Endpunkt einer Generation aus. Als Leitungsteam werden wir hier den Barockspezialisten Clemens Flick als Gastdirigenten, den Schweizer Regisseur Tom Rieser, mit dem ich Jahre intensiver zusammenarbeite, nicht nur, aber auch in interdisziplinären Produktionen am Theater Lübeck verbinden, immer auch mit Lilien Stilbel zusammen und die schon erwähnte Annie Hanauer als Choreografin begrüßen können. Renzi Alkalisi hat vorhin die spartenübergreifende Produktion und wenn ich von der Zeit spreche, spreche ich von der Zeit, die schon nicht mehr ist, am Rande des Rollfelds erwähnt, mit einem Text von Thomas Köck im Zentrum. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir hier in der neuen Teamkonstellation in Münster so eine spartenübergreifende Zusammenarbeit realisieren können, wie ich sie mir wirklich schon sehr lange gewünscht habe. Die Sparten sind ja Teil des großen ganzen Stadttheater und arbeiten und funktionieren doch so unterschiedlich. Wir werden als Schauspiel-, Tanz- und Musiktheaterleute viel voneinander lernen, sind schon natürlich tief verstrickt miteinander dazu und wir werden auch für ein gemeinsames Publikum sicher viel erreichen können. Im kleinen Haus, hier also schließt die Uraufführung Great Open Eyes, die Saison im Musiktheater ab. Sie stellt die Frage, was passiert mit Menschen in großer Trauer? Wie erlebt man den Verlust geliebter Angehöriger, gar des eigenen Kindes? Die Uraufführung dieser Oper Great Open Eyes von Manuel Zwerger nimmt sich des Themas Trauer in einem immersiven Abend an, bei dem das Publikum eng mit den Spielenden und Musikierenden zusammenrückt. Initiiert wurde die Produktion vom Wiener Produktionsteam Civic Opera Creations rund um die Regisseurin Carmen C. Kruse und ihr Team. Sie schaffen einen Rahmen für eine intensive inhaltliche Recherche schon im Vorfeld der Komposition, sind jetzt gerade schon konkret in Münster mit Institutionen und Personen in Austausch getreten, die sich mit Trauer, extremer Trauer beschäftigen. Das Libretto soll Pendant Juf schreiben, der ein Stück Pisten im Schauspiel, seine deutschsprachige Erstaufführung erleben wird. Guten Tag, meine Damen und Herren. Das Sinfonieorchester Münster und ich freuen uns außerordentlich auf die Arbeit mit dem neuen Team. Die verschiedenen Überschneidungen und Zusammenarbeiten über die Spatengrenzen hinweg sind ja schon erwähnt worden. Jetzt konzentriere ich mich natürlich auf den Konzertspielplan. Es ist der sechste Konzertspielplan, den ich hier in Münster vorstelle. Und ich konstatiere eingangs, dass die Aufgabe einen stimmigen, gleichzeitig auch anspruchsvollen Konzertspielplan, der aber auch viele Menschen interessiert, dass einen solchen Konzertspielplan aufzustellen tatsächlich eine anspruchsvollere Aufgabe geworden ist als in der Vergangenheit. An uns als Musikerinnen und Musiker werden nicht nur künstlerische Maßstäbe angelegt, sondern auch andere Erwartungshaltungen haben sich verändert und natürlich verändern sich auch im Laufe von Jahren Publikumsstrukturen. Das Schöne ist, dass wir an sehr vielen Grundlinien festhalten dürfen, die wir bisher schon verfolgt haben, weil sie erfolgreich waren und weil sie vielleicht auch die eine oder andere Entwicklung vorweggenommen haben. Natürlich als Sinfonieorchester ist es eine unserer Hauptaufgaben, ein klassisch romantisches Kernrepertoire zu pflegen, es quasi immer wieder aus der Vitrine zu holen, neu aufzubereiten und zu interpretieren. Dass uns aber der frische Blick gelingt auf dieses Repertoire, ist selbstverständlich, scheint es, und es gelingt uns besser, indem wir es konterkarieren mit Werken aus dem Heute und Jetzt, mit Werken, die wir dem Vergessen entreißen, weil wir glauben, dass sie aus verschiedenen Gründen zu Unrecht vergessen wurden. Und so gelingt es uns im Nebeneinander sehr unterschiedlicher musikalischer Idiome, auch das neu erscheinen zu lassen, das uns eigentlich schon bekannt schien. Ich werde jetzt nicht alle Sinfoniekonzerte erläutern, Sie haben sie ja hier vor sich und auch in gedruckter Form, aber ich darf auf einiges hinweisen, was im Laufe dieser Konzertspielzeit passieren wird. Ganz besonders am Herzen liegt mir das erste Sinfoniekonzert, von dem ich ausdrücklich hoffe, dass es ein breites Publikum findet, obwohl die Namen der Komponisten und der Komponistin, die wir auf dem Programm finden, wahrscheinlich vielen unbekannt sein werden. George Anteil schrieb mit seiner Jazz-Symphonie eines der frühesten Werke für Sinfonischen Jazz überhaupt. Peter Oetwisch ist uns zwar in Münster bekannt, wir hatten ja auch seine fantastische Opernproduktion vor drei Jahren, aber ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass Peter Oetwisch eine Musik schreibt, die nicht das ganz breite Publikum zu begeistern vermag. Trotzdem möchte ich alle einladen, auch gerade diejenigen, die älter sind und die glauben, sie würden Schwierigkeiten haben mit einem Oetwisch. Ich möchte sie einladen zu kommen, denn das Werk ist unterhaltsam, es ist spannend, es öffnet Horizonte, es verlangt dem Schlagzeuger weit mehr ab, als nur Schlagzeug zu spielen und mit Christoph Sietzen bin ich der festen Überzeugung, genau den richtigen Partner gefunden zu haben. Vor allem aber bitte ich alle zu kommen wegen der Sinfonie von Florence Price. Florence Price ist eine Komponistin der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die deswegen zu Unrecht vergessen wurde, weil sie Afroamerikanerin war und weil sie eine Frau war. Ihre vier Sinfonien hat man erst jetzt lange nach ihrem Tod wiederentdeckt und alle vier sind ganz großartige Werke. Wir werden die erste spielen, eine berührende Mischung vielleicht aus Gershwin und Dvorak und trotzdem eine ganz individuelle Tonsprache und ich freue mich auf dieses Konzert und auf die erste Sinfonie von Florence Price ganz besonders. Im eingangs erwähnten Nebeneinander des Gewohnten und Ungewohnten war die Musik fremder Kulturen uns immer sehr wichtig. Wir haben das in den letzten Jahren häufig gespielt und ich glaube auch eine große Offenheit beim Publikum gefunden, vielleicht sogar auch entwickeln dürfen. Auch das wird uns über die Spielzeit hinweg begleiten, das Unbekannte, aber natürlich werden wir auch Jubiläen zu würdigen wissen, wie der 200. Geburtstag von César Frank oder der 150. von Sergej Rachmaninov. Wir haben immer wieder Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die durch ihre speziellen Biografien auch neue Perspektiven entwickeln konnten auf das klassisch-romantische Kernrepertoire. Auch das verfolgen wir weiter mit dem Dirigenten Nabil Shehata zum Beispiel, mit Asterix Iranosian, einer jungen und sehr, sehr talentierten Cellistin und Vergleichbares werden Sie im ganzen Verlauf der Spielzeit finden. Ich darf hinweisen auf das zweite Violinkonzert von Fasil Say. Sie erinnern sich vielleicht, wir haben vor einigen Jahren das erste Violinkonzert von ihm gespielt, übrigens mit sehr großem Erfolg hier. Damals habe ich den Geiger Friedemann Eichhorn überreden können, sich dieses Werkes anzunehmen, es einzustudieren und für uns zu lernen. In der Folge dann hat er Fasil Say kennengelernt, die beiden haben sich befreundet und jetzt hat Fasil Say für ihn das zweite Violinkonzert geschrieben. Das wird jetzt gerade in diesen Tagen in Berlin im Konzert HSU aufgeführt werden und dann werden wir eins der ersten Orchester sein, die es danach spielen dürfen. Ich darf hinweisen auf erstklassige Solisten wie Nils Mönkemeyer zum Beispiel, Sie sehen ihn dort im fünften Sinfoniekonzert. Dann darf ich hinweisen auf das sechste Sinfoniekonzert, insbesondere auf die Werke von Boris Blacher und Hugo Diestler. Werke, die während der Nazi-Zeit entstanden sind in der Situation der inneren Emigration. Ein ganz spezielles Thema, finde ich, dessen wir uns annehmen wollen und schauen, wie komponierte ein Komponist zur Nazi-Zeit, der wusste, dass seine Werke wahrscheinlich nicht aufgeführt werden können. Im siebten Sinfoniekonzert freue ich mich über allemaßen, dass Anna Wenitzka ja noch mal zu uns kommen wird. Sie erinnern sich, mein Antrittskonzert hatte ich mit Anna gegeben und das war eine enorme Freude und große Genugtuung. Sie hat hinterher eine gigantische Weltkarriere gemacht, ist jetzt in den Berliner Philharmonikern unterwegs von vergleichbaren Orchestern und es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass sie zu uns kommt. Also ich bin da wirklich sehr, sehr stolz und auch froh. Dann haben wir die Tage der Barockmusik und ein Sinfoniekonzert, das im Rahmen dieser Tage der Barockmusik stattfinden wird. Dort wollen wir einen Teil dessen nachholen, was wir vor einem Jahr absagen mussten, wegen der Epidemie. Deswegen kommt auch Artilio Cremonesi wieder. Was damals schon geplant war und jetzt wieder ist das Melodramen Medea von Benda. Wenigen ist bewusst, dass die Form des Melodramens, also Sprecher plus Orchester oder Sprecherin plus Orchester, eine lange, lange Geschichte hat. Das ist überhaupt keine moderne Form, sondern das gibt es schon eigentlich seit dem 17. Jahrhundert. Benda's Medea war eine der erfolgreichsten damals ein richtiger M-Coup, den er gelandet hat. Alle haben das spielen wollen. Und ich bin sehr froh, dass Martina Gedek Ihnen allen bekannt aus Fernsehen und Film, dass sie bereit war, sich dieses Themas anzunehmen und das mit uns aufzuführen. Shagayi Nosrati ist eine Solistin, eine junge Pianistin mit irakischen Wurzeln, die ich sehr schätze und von der ich ganz viel halte. Ich glaube, sie wird einen großen Weg gehen. Und ich darf auch noch hinweisen, insbesondere auf das letzte Sinfoniekonzert. Hier nehmen wir uns ja meistens etwas Großes vor. Dieses Jahr wird es Mahlers erste Sinfonie sein. Im nächsten Jahr ist es dann die Alpensinfonie von Richard Strauss, eines der umfangreichsten und größten Orchesterwerke überhaupt. Es ist eine gigantische Naturschilderung und ich überlegte, wie man eine moderne Perspektive auf Naturschilderungen finden könnte. Ich fand sie bei Kalle V. Aho und seinem Konzert für Theremin und Orchester. Eine Naturschilderung skandinavischen Zuschnitt. Die einzelnen Sätze tragen Titel wie Mitternachtssonne oder Schwarzer Schnee. Und er bedient sich dabei eines Instruments, das wir im Konzertsaal fast nie sehen und hören, das Theremin. Theremin, Sie haben das vielleicht vor Augen, ist ein Instrument, das man kontaktlos spielt. Man berührt es nicht, sondern man bringt seine Hände in die Nähe einer Art Antenne, die da auf Handstellung und Abstand und so weiter reagiert. Es ist faszinierend, was mit diesem Instrument machbar ist. In der Filmmusik hat es häufiger Verwendung gefunden als in der symphonischen Konzertmusik. Ich darf noch hinweisen auf unsere verschiedenen Sonderkonzerte. Der Umfang unseres Konzertspielplans ist ja für ein Orchester, das ja auch in der Oper zu spielen hat, enorm groß. Das ist eine planerische Herausforderung für das ganze Haus, aber ich bin darüber auch sehr froh und sehr dankbar, dass es so sein darf. Denn es gibt uns die Möglichkeit, als Sinfonieorchester Profil zu entwickeln. Und dazu gehören eben auch die Monday Night Music Konzerte, Konzerte, die wir als Crossover-Konzerte regelmäßig im Landesmuseum spielen und wo wir ein bisschen experimentieren, versuchen, neue Partner zu finden, auch selber unseren Horizont zu erweitern. Und eins kann ich sagen, nachdem wir das jetzt fünf Jahre gemacht haben, jedes einzelne der Monday Night Music Konzerte war hoch erfolgreich. Meistens war eine sehr ausgelassene Stimmung dort, gerade auch beim letzten vor ein paar Wochen. Und das verspreche ich mir von denen in der nächsten Spielzeit auch. Hinweisen darf ich auf den Bruckner-Zyklus, der jetzt in 14 Tagen beginnen wird mit Bruckners erste Sinfonie und im nächsten Jahr mit der zweiten und dritten seine Fortsetzung finden wird. Auch in den kommenden Jahren jeweils zwei Bruckner- Sinfonien, sodass wir dann in fünf Jahren mit der neunten den Zyklus abschließen werden. Die etwas kürzeren, früheren Sinfonien von Bruckner erlauben uns, andere Werke hinzuzufügen. Das wird jetzt Tristan und Isolde vorspielen und Liebestod sein. Aus einem einfachen Grund, beide Werke sind im selben Jahr entstanden, 1866. Und es ist ganz interessant, einander gegenüber zu stellen, wie unterschiedlich die Tonsprachen waren des jungen Bruckner und des reiferen Richard Wagner. Im nächsten Jahr wird es aber dann so sein, dass wir zur zweiten Sinfonie die Three Meditations aus Mass von Bernstein spielen werden mit Sheng Sigu, unserem Solo-Chalisten. Und zur Bruckner 3 nachher im Frühjahr 23 das Tedeum von AWO PERT. Wir werden die Reihe der Gesprächskonzerte fortsetzen. Sie erinnern sich, wir sind vor Corona damit sehr, sehr erfolgreich gestartet. Innerhalb kürzester Zeit war das ein etabliertes Format. Das müssen wir uns jetzt zurückerobern und ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Denn ich glaube, dass Musikvermittlung für uns außerordentlich wichtig ist, wichtiger als es jemals zuvor war. Und die anfänglichen Erfolge haben das natürlich auch bestätigt. Die Arbeit für Kinder und Jugendliche ist uns sehr wichtig. Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Sabine Kunert, unserer Konzertpädagogin, und auch auf die zukünftige Arbeit natürlich mit Angela Merl. Wir werden diese Kinderkonzerte mit großem Ehrgeiz weiterführen, hoffen auch, dass die Jugendformate Musik Plus und Symphonic Plus unterzubringen sind in unserem sehr, sehr vollen Kalender. Daran arbeiten wir noch. Die Directors Preview wird es wieder geben. Am Anfang der Spielzeit werden wir sie einführen. Sie und das Publikum in unseren Konzertspielplan. Das Orchester spielt Ausschnitte von verschiedenen Werken. Auch dieses Format ist ja inzwischen etabliert und sehr gut angenommen. Und auf eines darf ich noch ganz besonders hinweisen. Abschließend nämlich das, was wir beabsichtigen, ganz am Beginn der kommenden Spielzeit zu tun. Ein Projekt nämlich holen wir nach, das wir eigentlich schon längst hinter uns haben wollten. 2021 war das Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Aus diesem Anlass hatte ich damals ein Projekt entworfen, gemeinsam mit dem Chor der Katholischen Universität in Lublin, unserer Partnerstadt in Polen, und dem Israel Symphony Orchestra in unserer anderen Partnerstadt in Riesch und Lizion gemeinsam Malers Auferstehung zu spielen. Auch das fiel der Corona-Epidemie zum Opfer. Und wir haben den gesamten organisatorischen Aufwand und auch nebenbei die Suche nach Geld nochmal von vorne angefangen, mit dem Ziel, das jetzt doch noch zu schaffen. Und im Moment sieht es ganz gut aus. Es ist immer die Frage, was Corona uns erlaubt und was nicht. Aber wir beabsichtigen also, dieses Projekt am Beginn der neuen Spielzeit nachzuholen. Wir werden in Münster spielen, auch in Riesch und Lizion und auch in Tel Aviv. Das Konzert in Lublin, das sie geplant haben, können wir im Moment nicht planen, weil Lublin überrannt ist von ukrainischen Flüchtlingen und ganz andere Augen, die ganz andere Konzentration im Moment hat, als so ein Konzert vorzubereiten. Der Chor der Katholischen Universität wird aber dabei sein und zu uns kommen. Auf das Projekt freue ich mich sehr. Es findet in Kooperation mit sehr vielen wertvollen Partnern statt, auch der NRW-Landesvertretung in Tel Aviv. Und deswegen sehe ich dem mit großer Vorfreude entgegen. Vielen Dank. Ja, soweit unser künstlerisches Programm im Schnelldurchgang. Über all das, was auf unseren Bühnen im Haus stattfindet hinaus, möchten wir natürlich in Austausch kommen mit Münster, mit den Münsteranerinnen und Münsteranern und auch dem Münsterland. Das haben sie unserem Programm selbst wahrscheinlich in der letzten Stunde schon entnommen. Zu den zusätzlichen Maßnahmen, mit denen wir das befördern möchten, gehören zwei, die ich Ihnen jetzt noch nennen möchte. Das eine ist, wir werden verteilt über die Spielzeit bisweilen sogenannte Open-House-Phasen veranstalten, in denen das Foyer auch tagsüber einmal geöffnet sein wird und zu verschiedenen Angeboten einladen, damit das Theater sukzessive immer stärker zum Ort der Begegnung auch jenseits des Vorstellungsformats wird. Da haben wir noch große Ziele. Mal schauen, wie weit wir da kommen. Außerdem werden wir in jeder Spielzeit besonders auf einen Stadtteil außerhalb der Innenstadt Münsters uns konzentrieren, mit dem wir stärker zusammenarbeiten möchten. Das wird 2022-23 der Stadtteil Körde sein, in dem ja auch das Begegnungszentrum Meerwiese liegt, mit dem das Theater eine besonders enge Beziehung pflegt. Aber auch über diese Meerwiese hinaus werden wir dort Partner finden. Die Produktion Jubiläum, die Sie vorhin in der Musiktheaterübersicht gesehen haben, das ist ein Fest mit Musik für Jung, Mittel und Alt. Aus dem neuen inklusiven Schwerpunkt wird hier stattfinden. Wir werden beim Theater-Jugendorchester-Projekt hier Partner einbeziehen und Tanz Münster wird mit der mobilen Serie Patchwork in Körde sichtbar sein. All dieses künstlerische Programm ist natürlich nicht ohne eine solide Basis zu denken. Hier möchte ich an dieser Stelle als neues Team ausdrücklich Rita Feldmann, der Verwaltungsdirektorin des Theaters Münster, danken für die kollegiale Aufnahme, die sie uns bereitet hat. Sie hat nun noch abschließend Informationen aus dem Bereich der Finanzen, des Abowesens und vielleicht noch mehr. Dankeschön. Ganz kurz, ich stelle jetzt keine Ratsvorlage vor, aber eben ist es zum Teil schon gefallen. Das Publikum, wir wollen und müssen natürlich unser Publikum, unsere Abonnenten zurückgewinnen. Jetzt natürlich mit diesem doch sehr, auch du aus meiner Sicht auch sehr anspruchsvollen Spiel- und Konzertplan. Ich bin mir sicher, dass uns das in dieser Gänze gelingt. Die Stadt Münster hat also bereits im letzten Jahr quasi die Grundlage gelegt. Der Managementkontrakt, die Finanzformel hier fürs Theater Münster für fünf Spielzeiten, heißt also bis zur Spielzeit 2026, 2027, ist beschlossen worden, sodass wir auch weiterhin, also wirklich von dieser soliden Basis, auch wirklich immer mit dem einen Punkt, dass zum Beispiel alle Tarifsteigerungen, egal in welchem Tarifvertrag, von der Stadt Münster eben zu 100 Prozent übernommen werden. Da sind wir als Theater Münster nach wie vor, also in Nordrhein-Westfalen, doch zählen wir mit zu den zwei Ausnahmen. Und ja, das also zu den, mehr oder weniger zu den Finanzen. Die Abonnenten werden wir zurückgewinnen, wollen wir zurückgewinnen. Wir konnten den Abonnenten in den letzten zwei Spielzeiten, ja, aufgrund der Pandemie kein Angebot machen. Das werden wir jetzt, ja, also mit diesem Spiel- und Konzertplan werden wir das also wieder tun, mit sehr differenzierten Abo-Angeboten, auch einem neuen Abo. Also wieder jetzt, es wird jetzt wieder ein reines Tanz-Abo zum Beispiel geben, aber ansonsten, ja, in einer guten und gesunden Mischung aus den Produktionen der verschiedenen Sparten im großen und im kleinen Haus. Das von meiner Seite. Danke. Dann danken wir alle sehr für ihre Aufmerksamkeit von den Zuschauerinnen und Zuschauern im Stream. Verabschieden wir uns an dieser Stelle und alle diejenigen, die im Saal sind, dürfen uns gleich noch Fragen stellen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.